Wir werden dieses Jahr eine andere Messe erleben als letztes Jahr. Ja, insofern natürlich, dass es voller wird. Insofern, dass mehr Dortmunder Unternehmen die Chance wahrgenommen haben, tatsächlich die Dortmunder Mime auch als die ihre anzuerkennen und dort auszustellen. Mehr Erfolg im Mittelstand, das ist ja das, wofür das Handwerk sich aufstellt, wofür wir uns auch in Berlin einsetzen bei der Regierung. Und hier erlebt man es jetzt praxisnah. Die Schlüsselstrategie ist die Positionierung. Sie beinhaltet sehr, sehr viele Strategien, um im Markt die erfolgreichsten Nischen zu finden, Alleinstellungspotenziale, die da sind, zu finden. Jeder sollte sich mit dieser Strategie beschäftigen. Also gut gefallen hat mir, dass ich sehr viele Informationen bekommen habe. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, natürlich Visitenkarten ausgetauscht, Flyer eingesackt. Ich habe Kooperationspartner gefunden. Kunden sind wirklich interessiert und kommen also auch mit einem gewissen Vorstellungen hier auf die Messe. Und das ist schon eine sehr nette Sache. Es gab heute zwei Vorträge von dem Herrn Peter Savchenko und die fand ich sensationell. Ich finde, dass man wirklich sehr schnell Kontakt knüpfen kann. Ich finde, die Messe hat genau die richtige Größe, ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ich finde es gut, ich würde wiederkommen. Ich finde es gut, ich würde wiederkommen.